Hallo und herzlich willkommen zum neuen Top 40 unter 40 Podcast, Video-Podcast. Ich habe heute zu Gast die Lebe Serin Bircek, 39 Jahre alt, aus Düsseldorf. Serin, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Serin, ich möchte dich bitten, stell dich ja mal ganz kurz vor. Ich bin Serin und ich bin Gründerin von Female Innovation Hub, Gründerin in der Seele und habe jetzt auch mit einer neuen Idee gestartet. Das nennt sich Teresa.ai. Das ist eine Idee, die in Richtung künstliche Intelligenz geht. Wow, Female Innovation Hub und künstliche Intelligenz, das sind ja mal zwei Spezialthemen, die man jetzt vielleicht in der Kombination jetzt nicht unbedingt häufig auf dem Markt trifft. Wenn man aus der Szene ist, dann tummeln sich da viele in dem Gebiet. Aber wie bist du da hingekommen? Angefangen habe ich nicht bei der Gründung, sondern angefangen hat das Ganze im Studium. Das heißt, ich habe ursprünglich Technikkommunikation studiert und habe die Technik für mich entdeckt, auch die Leidenschaft dafür. Ich wurde dann zur Technikfrau in der Familie und im Freundeskreis. Und das heißt, du durftest, dass wir alle mal den Computer installieren oder was heißt das? Ja, warten, installieren, reparieren, Netzwerkaufbau. Das gehörte einfach zu meinen täglichen Aufgaben. Also wenn es irgendwo Probleme gab, dann wurde ich immer angerufen. Warst du auch in der Gaming-Szene unterwegs? Eher nicht. Ich habe eher alle meine Freunde geärgert, die dann gespielt haben, zum Beispiel unter anderem FIFA oder Kampfspiele. Ich habe immer mitgespielt und ich habe irgendwie, glaube ich, deren Spiele kaputt gemacht, weil ich nicht so gut koordiniert war. Was heißt kaputt gemacht? Also du hast die irgendwie beim Spielen übertroffen oder was heißt kaputt gemacht? Zum Beispiel. Also das heißt, ich habe dann zum Beispiel mit denen Fußball gespielt, so ein klassisches FIFA-Spiel und irgendwie habe ich das immer geschafft. Entweder habe ich dann zu viele Tore geschossen oder zu wenige. Also irgendwas war da immer, dass sie sich geärgert gefühlt haben. Das ist ja, wenn man jetzt ohne in Klischees zu sprechen sich mal umschaut, gibt es ja relativ wenig Frauen, die so technisch begeistert sind oder so mit dieser ganzen Computernummer zu tun haben. Wie bist du da hingekommen? Was war da so der Auslöser für dich? Der Auslöser war tatsächlich mein Studium. Das heißt, ich bin da in diese Welt eingetaucht, in dem ich auch unter anderem Informatik studiert habe. Und ich habe mich dann irgendwann dafür entschieden, mein Studium zu Ende zu bringen. Das war im dritten Semester und dann wusste ich, okay, ich muss mich mit allem Technischen auseinandersetzen und habe das auch sehr gerne gemacht. Und unter anderem habe ich die Liebe zur Softwareentwicklung tatsächlich dann bei einem Praktikum entdeckt, wo ich dann auch Software entwickeln musste. Und das hat sehr, sehr viel in mir ausgelöst und viele positive Erlebnisse auch hinterlassen, dass ich dann einfach weitergemacht habe. Hast du dir dieses Praktikum gezielt ausgesucht oder war das ein Praktikum, wo dann überraschenderweise dieses Thema mit dazugekommen ist? Das Praktikum war tatsächlich in der Uni. Das heißt, wir mussten im Rahmen von Programmierung auch ein bestimmtes Projekt voranbringen im Team. Wie so ein Praxisteil. Genau. Und das war damals dann so, dass wir drei technische Redakteure quasi, also nicht richtige Informatiker zu dritt in diesem Praktikum saßen. Und das hat, glaube ich, schon drei Monate gedauert. Und wir haben ziemlich lange dran gesessen, um auf die Lösungswege zu kommen. Und Programmierung beinhaltet die Magie, dass irgendwann die Lösungswege von alleine kommen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dann wusste, okay, das macht Spaß. Also so wirklich Komplexität zu verstehen, das auf einer einfachen Art und Weise dann auch zu lösen oder Lösungswege zu finden. Also ich mich erkundigt habe, recherchiert habe, was du alles so gemacht hast und hast mir auch ein paar Sachen im Vorgespräch schon genannt. Da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil wenn man das dann so liest, dann liest sich das so wieder Klischee-Schublade auf, als wirst du ein Nerd. Bist du ein Nerd? Darf ich das so fragen? Vielleicht bin ich ein Nerd. Ja, ich bin ein Nerd, aber auch einer. Also ich glaube, ich habe im Studium, ohne das wirklich mit einkalkuliert zu haben und groß geplant zu haben, habe ich das richtige Studium für mich ausgewählt, weil das zwei Bereiche miteinander verbindet, und zwar die Kommunikation und die Technik. Und ich bin tatsächlich beides. Also ich fühle mich beiden Feldern auch sehr zugehörig. Was ist im Bereich Kommunikation tagtäglich zu tun? Was ist das so für ein Thema? Hol mich mal ab. Kommunikation ist rund um Schreiben, das heißt Social Media. Ich pflege alle unsere Social Media Kanäle. Also ich habe zum Beispiel auch einen Blog, den ich immer wieder pflege. Ich schreibe unglaublich gerne. Ich stehe gerne vor der Kamera. Ich berichte gerne. Und genau. Und das ist ja eher das Äußere. Der Nerd ist eher so der innere Teil von mir. Da ist das so Ning und Yang in dir, ja? Ja, könnte man so sagen. So habe ich es auch noch nie betrachtet. So, jetzt bist du ja aus diesem Studium nachher rausgegangen und hast dann aber auch noch technisch gearbeitet. Welcher Schritt kam dann als nächstes? Was hast du da so gelernt für dich, nachdem du das Studium beendet hast? Ich habe gelernt, dass es sehr wichtig ist, auf die eigenen Werte zu schauen. Aber auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, Unterstützer zu haben, die einen nach vorne bringen. Das war damals in Köln. Das war meine erste Stelle. Ich habe einen ganz tollen Chef gehabt, der ist ein kölscher Jung gewesen durch und durch, auch ein Karnevalist. Und ich bin überhaupt keine Karnevalistin. Er hat mir sehr, sehr viele Dinge beigebracht, wie man verhandelt, wie man Angebote schreibt, wie man auch bei Kunden Gespräche führt, wie bestimmte Prozesse ablaufen. Er hat mich überall abgeholt. Er hat mir aber auch ganz viel Handlungsspielraum gegeben, weil er auch relativ schnell gemerkt hat, glaube ich, dass ich nicht nur eine frohe Natur bin, sondern auch gerne meinen Freiraum brauche, um mich entwickeln zu können. Genau. Dann hast du ja 2016 das erste Mal gegründet. Das hört sich jetzt gerade so für mich ein bisschen so an, als hätte dir dieser Mann das ganze Rüstzeug gegeben, was du gebraucht hast, um dann eigentlich aus diesem, ja ich sage jetzt mal typischem Karriereweg, Ausbildung, Studium, erster Job, gründen, aus diesem normalen Karriereweg so ein bisschen rauszugehen und dann tatsächlich zu sagen, ich gründe jetzt etwas. Was ist da passiert? Es ausgelöst wurde das Ganze 2013 oder noch früher, als ich etwas Bestimmtes beobachtet habe und das war, ich habe beobachtet, was mit den Frauen passiert auf ihrem Karriereweg. Entweder werden sie zum Männern, leider Gottes, oder sie übernehmen männliche Rollen oder sie machen sich klein. Und beides hat mich sehr gestört. Ich habe aber auch auf dem Weg Frauen kennengelernt, die dann zu meinen Vorbildern wurden, Vorbilder Frauen, die mich auch dazu bewegt haben und sodass ich ihnen gesagt habe, wenn alle Frauen wie du wären, dann bräuchte ich das alles nicht zu machen, dann könnte ich auf die Karibik. Ja. Und das hat in mir etwas Bestimmtes ausgelöst, sodass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und dann eine Business-Coaching-Ausbildung und mich dann auf diesem Weg begeben habe und mich erstmal ausprobiert habe. Das ging dann über drei Jahre tatsächlich, inklusive der Ausbildung, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, es gab so ein Zeitfenster, wo ich mich entschieden habe und in diesem Zeitfenster war das ganz wichtig. Gehe ich meinen alten Weg und mache Karriere oder nehme ich einen komplett neuen Weg, den ich überhaupt nicht kenne? Und dann habe ich mich für das Unternehmertum entschieden. Das hat mich nämlich sehr bewegt. Ich wollte was verändern und ich wusste, ich kann das im Rahmen des Unternehmens nicht mehr machen, weil ich da gar keinen Spielraum mehr hatte. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, wenn du so viele Fähigkeiten hast, dann nutze sie doch und trage es in die Welt hinaus. Wie war das für dich der Schritt? Wie ging das im Ablauf ab? Du hast gekündigt und hast dann gesagt, so… Das war alles nicht so lustig eigentlich, nein. Das war tatsächlich ein sehr… War das ein fließender Prozess? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das war ein sehr holpriger Prozess, sehr lehrreicher Prozess, weil ich auch da für mich ein Learning herausgezogen habe. Ich habe gemerkt, wenn man an einer bestimmten Stelle im Leben fertig ist, ob das die Arbeit ist oder egal, welche Art von Beziehung, dann ist es manchmal gut, wenn man einfach da rausgeht, weil wenn man nicht rausgeht, dann kommt man in eine Leidenssituation, was mir dann passiert ist. Und durch das Leiden musste ich mich tatsächlich irgendwann entscheiden, entweder leidest du weiterhin oder du gehst raus und entdeckst dich neu. Und das war deswegen halt… Dieser Leidensprozess war eher der Weg, wo ich… Wo es eher holpriger war. Und wo ich mich dann aber dafür entschieden habe, habe ich mich komplett auch verändert innerlich und kam nochmal in meine Kraft. Also es war sowohl eine Entscheidung gegen etwas, als auch eine Entscheidung für etwas anderes, wo du dich quasi, wo du dir ein Bild gemalt hast, wo du eine Fantasie hattest, so, das ist meine Zukunft. Was hast du gegründet? Erzähl mal. Ich habe zuerst mit einem Consulting-Unternehmen, also das fängt man heutzutage klassischerweise an, wenn man mit etwas fertig ist, dann wird man zum Coach. Was gar nicht so schlecht ist, habe ich gemerkt. Lange Zeit habe ich das tatsächlich auch kritisiert. Und heute denke ich, es ist ein guter Weg, um einen Zugang zu finden, wohin der Weg einen wirklich führen mag. Ich habe mit Coaching und Training angefangen und in dieser Zeit habe ich auch die Coding-Schule mitgegründet. Und ich war selber nicht die Ideengeberin, aber ich hatte einfach eine große Leidenschaft, Kindern und Jugendlichen das Programmieren beizubringen oder ihnen einfach mal so ein neues Feld zu öffnen. Und damals waren diese Schulen noch ganz in den Anfangsphasen. Und ich habe acht Monate... 2016, ne? 2016, genau. Ich habe acht Monate lang daran intensiv gearbeitet und habe mich dann irgendwann auch dagegen entschieden, weil ich dann gemerkt habe, es gibt doch etwas anderes, was mich hier zuruft. Und dann bin ich meinem Ruf gefolgt und habe dann den Female Innovation Hub initiiert. Den Female Innovation Hub, also für Frauen und Männer. Genau. Aber nochmal zurück zur Coding-Schule. Holen wir die Menschen ab, die das hier sehen oder hören. Was hat es mit einer Coding-Schule auf sich? Was passiert da? In der Coding-Schule bringt man Kindern und Jugendlichen Programmieren bei, verschiedene Skills, aber auch die Zukunft. Das heißt, ich bin leider halt nicht mehr da drin und ich weiß auch nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Aber letztendlich geht es tatsächlich um Programmierung, um Zukunftsskills und darum, dass junge Menschen frühzeitig lernen, was es bedeutet, ein technisches Verständnis zu erlangen. Also quasi eine Fremdsprache, Coding mit dazuzubekommen. Und du sagtest eben eingangs, du hast im Studium eine sehr, sehr schwere Klausur mal vor dir gehabt, wo du wochenlang in der Bibliothek verbracht hast, um dafür zu lernen. Und irgendwann kam der Moment der Erleuchtung, wo du dann so schön beschrieben hast, dann hat das auf einmal alles einen Sinn für dich gegeben. Du hast auf einmal diese ganze Materie verstanden. Ist das so das, was man in der Coding-Schule den Kindern beibringen möchte, zu sagen, wenn man auf so eine Fremdsprache, so eine Coding-Sprache guckt, dann versteht man da vielleicht erstmal kein Wort oder keinen Ansatz. Aber ihr gebt denen da so eine Hilfestellung, diesen Moment der Erleuchtung zu bekommen. Geht es um sowas? Ich glaube, es geht einmal um den ersten Schritt, überhaupt mal das zu erlernen, was es überhaupt bedeutet, was Coding überhaupt bedeutet oder Programmierung. Es ist auch eine Fremdsprache, die brauchen wir für die Zukunft. Es geht um das Verständnis, aber es geht auch darum, dass Kinder damit lernen, umzugehen. Und natürlich, jedes Mal, wenn der Mensch programmiert, hat er Erleuchtungsmomente, weil das halt am Anfang irgendwie nie klappt. Das ist tatsächlich die Magie, der Moment, wo dann tatsächlich die Erkenntnisse so auf einen zuströmen und für einen Moment das Gefühl hat, ich habe die Welt verstanden. Da hast du auf jeden Fall zum ersten Mal diese drei Elemente zusammengebracht, dass du ein Nerd bist, ein kleiner, die Kommunikation und Coaching quasi miteinander verbindest und sagst so, das bringe ich alles mit in diese Coding-Schule ein. Und im nächsten Schritt bist du da hingegangen und hast gesagt so, Female Innovation Hub. Was hat es damit auf sich? Was passiert da? Den Female Innovation Hub habe ich initiiert, weil ich Frauen sehr gerne beibringen möchte oder vermitteln möchte oder motivieren möchte, dass sie groß denken und groß handeln. Und das ist ein Element, was uns heutzutage fehlt, weil wir in unseren Schubladen bleiben und da nicht rauskommen wollen. Und besonders Frauen bekommen eine bestimmte Erziehung. Ich habe vorgestern auch einen Artikel darüber gelesen, dass Mädchen und junge Frauen in ihren Schubladen immer noch bleiben, weil ihre Erziehung immer noch so gestaltet ist, dass sie zwar eine gute Ausbildung machen, aber nach jeder guten Ausbildung heißt es, Kind, du brauchst einen guten Job. Und einen sicheren Job, dieser Gedanke, dass es um Sicherheit geht und dass wir einfach nicht da rauskommen dürfen, vielleicht auch etwas selber initiieren können, das hat mich sehr, sehr bewegt und ich habe mich dann dazu entschlossen, ein Ideenpapier zu schreiben. Und mit diesem Ideenpapier bin ich auch im November 2016 auf Lorenz Gref zugegangen und habe ihm meine Idee vorgestellt und habe ihn auch gefragt, ob ich das auch im Startplatz dann auch initiiert habe. Genau, ich wollte gerade sagen, für alle, die ihn nicht kennen, Initiator vom Startplatz in Köln und in Düsseldorf. Da du aus Düsseldorf kennst, vermute ich mal, du machst das alles in Düsseldorf. Ja, genau. Ja, also in Düsseldorf, in Köln, wir sind mittlerweile in Leverkusen, in Niederrhein, im Bergischen Land, also so langsam und bald sogar in Frankfurt nächstes Jahr. Wow. So, jetzt bin ich Vater von drei Töchtern. Gib mir einen Tipp, wie soll ich mit den dreien später umgehen, wenn die mit ihrer Ausbildung fertig sind, wenn die aus der Schule kommen, was kann ich da richtig machen? Ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Viel wichtiger ist es, dass sie den Spielraum haben, also dass sie ihre Freiheit bekommen, den Freiraum bekommen, so zu sein, wie sie sind. Ich glaube, das ist die große Kunst. Es ist egal, ob sie gründen, ob sie nicht gründen, ob sie programmieren können, ob sie lieber malen wollen. Viel wichtiger ist, dass die Kinder heute schon die Neugierde kennenlernen, dass sie neugierig sind, dass sie neue Dinge kennenlernen, erlernen können und für sich selber entscheiden, was ist für mich der Weg. Und trotzdem, natürlich ist es wichtig, dass sie die Zukunft verstehen, dass sie lernen, mit der Zukunft umzugehen, auch mit den Veränderungen. Also wenn die Kinder heute so ein bisschen darauf vorbereitet werden, dass ihre Zukunft viel mehr Veränderung braucht oder dass sie sich mehr anpassen müssen, als wie wir es heute tun. Und wir leben schon in einer sehr schnelllebigen Zeit. Aber wenn die Kinder von heute aufwachsen, dann müssen sie das gelernt haben, mit den Veränderungen umzugehen, sich anzupassen. Aber auch schon eine Gesprächskultur erlernen, miteinander umzugehen. Also Kommunikation ist quasi später das A und O im sogenannten Informationszeitalter, wie man dann auch nach seiner Ausbildung mit seinem Netzwerk, mit den Leuten, die man kennenlernt und eben auch mit der Leidenschaft, die man selber mit an den Tag bringt, umgehen kann, um darüber dann auch den richtigen Weg zu finden. Genau. Und jeder hat seinen eigenen Weg. Ich meine, da kann man nicht sagen, das Kind sollte unbedingt etwas Technisches erlernen oder auch nicht. Also was ich häufig beobachtet habe, das ist jetzt bestimmt nicht general gültig, ist das, was man häufig nicht direkt selber lernt, ist sein eigenes Risikoverständnis. Und das ist ja das, was häufig nachher den Gründer und denjenigen unterscheidet, der in einem Unternehmen als Angestellter bleiben möchte. Beide bringen die gleiche Leidenschaft für ein Thema mit. Und der eine traut sich nur ein bisschen mehr zu sagen, ich mache das jetzt in Eigenregie. Ich finde es spannend, den Menschen nachher mit auf den Weg zu bringen. Sei dir deines eigenen Risikofaktors bewusst, aber sei dir noch mehr darüber bewusst, was ist eigentlich deine Leidenschaft, wo möchtest du dich einbringen. Und diesen Freiraum zu bekommen, den finde ich unglaublich spannend. Wie macht ihr das im Female Innovation Hub? Und zwar bringen wir, wir schaffen eine Erlebniswelt. Und in dieser Erlebniswelt, das sind dann häufig so drei, vier Tage, tauchen dann, ich spreche jetzt von Schülerinnen und Schülern, weil wir da den meisten Erfahrungswert haben. Wir werden jetzt in der nächsten Stufe auch auf Erwachsene Frauen zugehen, aber auch Männer. Es geht darum, in dieser Erlebniswelt innerhalb von einer kurzen Zeit zu entdecken, was ist meine intrinsische Motivation, was bewegt mich in dieser Welt, wo so viel passiert, was möchte ich verändern und wie möchte ich es verändern. Und dazu gibt es verschiedene Methoden und Techniken. Es gibt heute die agilen Methoden, von denen alle sprechen. Wir bringen das nicht im Curriculum bei, sondern wir geben immer so ein bisschen Input rein und lassen dem anderen oder der Gruppe und dem Team, manchmal auch dem Einzelnen, je nachdem, wie die Ideengebungsphase ist, doch irgendwie da in die Entfaltungsphase reinzugehen und dann mit den Methoden das Ganze zu strukturieren und das technisch umzusetzen. Und es ist super, super wichtig, dass wir alle Elemente zusammen erlernen. Nicht nur Coding zu erlernen, sondern auch zu wissen, okay, wie komme ich denn überhaupt zu diesem Schritt, weil davor gibt es unendlich viele Schritte, die ich beachten muss. Bevor du überhaupt merkst, dass Coding dir Spaß macht, finde ich das richtig? Ja, zum Beispiel, genau, weil Coding bedeutet nicht alleine vor sich hin zu programmieren, sondern Programmieren ist immer eine Teamaufgabe und man löst zwar selber eigenständig Probleme, aber im Team löst du halt gemeinsam größere Probleme und das sind so viele verschiedene Elemente. Und gemeinsam eine Aufgabe zu lösen, hat auch eine Magie in sich, finde ich. Und davor heißt es, wie komme ich überhaupt zu meiner Idee und was ist überhaupt meine Idee und wie kann ich es überhaupt umsetzen? Wenn ich das nicht weiß, dann bringt mir nur Programmieren auch nichts. Das quasi hört sich an wie so ein persönlicher Hackathon. Ja, genau. So alles. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ich interessiere mich für das Thema. Ich möchte mit euch in Kontakt kommen. Ich habe dann vom Female Innovation Hub gehört. Wie ist der Ablauf? Von der ersten Kontaktaufnahme bis zu ich habe einen persönlichen Hackathon absolviert. Wie ist so der Prozess? Es fängt meistens mit einem Coffee & Meat an. Das heißt, wir bieten insbesondere den Interessenten, besonders den Frauen natürlich, weil sie weniger Risikobewusstsein haben, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht so mutig voranschreiten, bieten wir ihnen genau diese eine Stunde an, wo sie dann zum Startplatz kommen und ihre Idee besprechen. Das heißt, da, wo sie gerade stehen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil durch das Reden und Kommunizieren komme ich überhaupt in den Redefluss und auch da rein, dass ich überhaupt weiß, was ist überhaupt meine Idee, was bewegt mich und wie kann ich es überhaupt umsetzen? Häufig haben wir auch Frauen, die zu uns kommen, die in einer bestimmten Phase sind und die schon etwas gegründet haben, aber nicht wissen, okay, wie mache ich jetzt weiter? Wo setze ich an? Und dann geht es auch, richtige und wichtige Impulse zu geben, auch zu vernetzen. Das ist so der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, das läuft dann über eine Community. Wir haben auch ein tolles Netzwerkveranstaltungsformat auch auf die Beine gestellt. Das nennt sich Female Founder Circle. Da sprechen wir über Zukunftsthemen. Das heißt, wir holen Frauen und Männer zusammen, stellen gezielt Frauen auf die Bühne, entweder Gründerinnen oder Expertinnen aus dem innovativen oder digitalen Umfeld oder Branchen und sprechen mit ihnen über verschiedene Themen. Das kann Digital Leadership sein, also eher ein Soft-Skill-Thema, aber auch künstliche Intelligenz, Mixed Reality. Wir haben schon jede Menge Themen gehabt, über die wir gesprochen haben und dadurch haben wir eine Community geschaffen. Das heißt, dadurch haben wir auch viele Frauen und Männer erreicht, die auch selber gesagt haben, hey, ich hätte gerne Lust, ich möchte das auch mal erlernen. Und jetzt sind wir gerade dabei, in der Vorbereitungsphase, das auch auf die Beine zu stellen. Das heißt, so diesen Hackathon auch zu organisieren. Macht ihr das für Individuen, ich sage jetzt mal Einzelkämpfer, oder macht ihr das auch für Firmen? Ich frage deshalb, wir haben ja im Rotonda Business Club auch eine Mitgliedsstruktur und die Menschen können mit ihren Anliegen zu uns kommen. Was wäre jetzt ein Anliegen eines Unternehmers, der auf mich zukommt, das zu euch passen würde? Genau. Ich habe auch ein Beispiel dafür. Ich habe vor einem Monat mit einem Unternehmen aus Köln, auch ein sehr großes Unternehmen, gesprochen. Und da ging es zum Beispiel um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein sehr klassisches Thema für… Allgegenwärtig. Genau. Für jedes Unternehmen, würde ich sagen. Aber da haben wir auch über Zukunftsthemen gesprochen. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, ein bestimmtes Modell-Coaching oder Workshop-Training anzubieten, sondern tatsächlich auch Handwerkszeug in die Hand zu geben, das Unternehmen zu befähigen, eigenständig auch zu den Lösungswegen zu kommen. Und das passiert über Entrepreneurship, was ja für unternehmerisches Denken und Handeln steht. Und das versuchen wir, in Unternehmen reinzugeben. Das heißt, da sind wir gerade auch mit verschiedenen Unternehmen in Gespräch, weil das Programm jetzt feststeht. Wir haben verschiedene Formate auch ausprobiert und Entrepreneurship braucht einen bestimmten Prozessweg, den man gehen muss, um für sich einmal die Lösungswege zu entdecken, aber auf der anderen Seite auch so den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in dem Kontext abzuholen und um sie dann dahin zu führen, dass sie auch eigenständig Projekte initiieren können. Ist das ein Thema für eine Personalabteilung von einem Konzern oder ist das schon auf, ich sage jetzt mal, CEO-Level, wo jemand darüber nachdenken sollte in einem größeren Unternehmen? Ich denke, ein CEO sollte deswegen darüber nachdenken, alleine aus dem großen oder aus einem Thema, Mangelthema, was wir heute erleben. Und das ist Fachkräftemangel, aber auch Mitarbeiterbindung. Ich erlebe häufig und ich bin auch bewusst aus dem Unternehmen, aus dem letzten Unternehmen ausgestiegen und habe gegründet, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr weiter mit meinen Fähigkeiten. Und dieses Gefühl zu haben, und das haben ganz viele Menschen, auch um mich herum sogar, im Grunde da, wo man wirklich fähig ist, richtig gut Geld zu verdienen, bestimmte Erfahrungswerte mitbringen, Karriere zu machen, ein gutes Leben zu führen, und also all das hat man sich erschaffen und in dem Moment, das erlebe ich tatsächlich, dass dann die meisten sagen, ich komme einfach nicht weiter. Und da gilt es genau, nicht die Mitarbeiter zum Gründen zu bewegen, sondern sie dahin zu bewegen, dass sie eigenständig Projekte oder Dinge, die sie im Unternehmen vielleicht auch bewegen, nach vorne zu bringen. Das bringt beiden Seiten etwas. Nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch dem Unternehmen. Und dann auch die gemeinsame Verbindung, dass die Mitarbeiter, die wirklich gut sind, die dann auch da bleiben, weil sie dann einfach gestalten können. Spannend. Jetzt hast du ja nicht nur diesen Female Innovation Hub auf die Beine gestellt, sondern das war dir noch nicht genug, sondern du hast noch ein Unternehmen in der Gründung. Was hat es damit auf sich? Wie heißt es und was machst du da? Das neue Unternehmen, was ich auch zurzeit, ich befinde mich gerade in der Gründungsphase, heißt Teresa.ai. Teresa steht für Mutter Teresa und AI für künstliche Intelligenz. Und das Ganze ist eine digitale Helferin, die älteren Menschen dazu hilft, mehr Struktur im Alltag zu bekommen. Weil viele ältere Personen genau dieses Thema haben, nicht genug Motivation zu haben, nicht genug Menschen, um sich zu haben, die sich dazu bewegt, jeden Tag, Tag für Tag mit Freude aufzustehen. Und dazu kam ich letztes Jahr, weil ich einfach so viele verschiedene Erfahrungswerte mitgebracht habe. Und dann passiert das halt in meinem Leben, dass dann dieser Moment des Connecting the Dots entsteht. letztes Jahr genau, das war vor einem Jahr, im September eines Morgens aufgestanden, habe das innerhalb von drei Stunden runtergeschrieben und habe dann mein Laptop zugemacht und bin dann rausgegangen. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt muss ich erst mal überlegen, was hat das überhaupt auf sich, wie kann ich das realisieren? Und habe aber erst mal die Experten gefragt, was sie davon halten, ob es gut ist, ob es nicht gut ist. Und mittlerweile habe ich ein Team aufgebaut, ich habe verschiedene Partner aufgebaut, das heißt, ich arbeite schon mit einer großen Stiftung zusammen heute schon, da sind 4000 Bewohner, ich arbeite mit einem KI-Unternehmen aus Düsseldorf zusammen und wir sind zu siebt im Team. Also es ist sehr spannend, wie sich Ideen entwickeln und einmal entwickeln können, wie aber auch Menschen und Partner dazukommen. Work-Life-Balance. Wie schaffst du das alles? Bei LinkedIn habe ich gesehen, du warst bis gestern noch in Berlin, stimmt das? Ja, ich war genau zwei Tage in Berlin. Sonntag, heute ist Montag, für die, die es jetzt nicht wissen. Wir treffen uns Montagmorgen, du warst bis gestern in Berlin, du bist in einem Unternehmen, in dem Female Innovation Hub unterwegs, gründest nebenbei auch noch und schaffst es mit Begeisterung davon zu erzählen, dass du da ein Team zusammenstellst. Wie macht man das? Ich glaube, mit dem Gefühl, mich bewegen die Dinge, ich bin sehr umtriebig, ich bin sehr neugierig, ich gestalte gerne und wenn ich etwas erkenne, was ich verändern möchte, was ich mitgestalten möchte, dann packe ich da einfach an. Ich überlege dann nicht, wie ist jetzt mein Work-Life-Balance, ich bekomme auch häufig, also meine Freunde buchen für mich oder meine beste Freundin insbesondere im Moment so seit einem Jahr, sie organisiert dann die ganzen Reisen und sagt dann, okay, wir müssen jetzt hier weg. Die gibt ein Datum vor. Jetzt müssen wir weg. Genau. Oder meine Familie, also es gibt viele Menschen, die auf mich achten, muss ich sagen, aber auch die mir sagen, dass ich an manchen Stellen, dass ich auf mich achten soll. Was mache ich? Ich mache sehr viel Sport, also alle zwei bis drei Tage bin ich im Fitnessstudio und ich laufe, also ich jogge nicht, sondern ich gehe gerne, ich gehe gerne spazieren, ich verarbeite so auch die Dinge. Das heißt, bewusste Auszeiten nehmen am Tag. Ja, das muss ich, also bewusste Auszeiten am Tag wird schwierig, aber so manchmal, ja genau, in manchen Tagen, wo ich einfach weiß, okay, jetzt mache ich einen Cut und dann kann ich auch kein, zum Beispiel beim Sport, kann ich keinen Podcast hören. Ich kann da nicht Informationen aufnehmen, weil ich einfach so gefüllt von Informationen bin und dann anders verarbeite. Das heißt, durch die Bewegung, dadurch, dass ich auch für mich alleine bin und ich auch gezielt niemanden kennenlernen möchte in dem Raum. Genau. Also eher dann für mich, genau, das ist dann so meine introvertierte Seite. Ja, sehr gut. Aber ich muss immer auf dieses Gründungsthema zurückkommen. Das finde ich irgendwie spannend. Du bist also mit einer Idee, das hört sich so ein bisschen an wie aus einem Traum heraus gestartet, hast dann schnell versucht, das alles zusammenzuhalten, was du dir ja gerade überlegt hast und bist jetzt im Schritt, hast du vielleicht schon einen Businessplan entwickelt oder wie ist da der Status und wie schaffst du es, da jetzt ein Team zusammenzustellen? Du hast ja eine eigene Idee und jetzt gehst du auf Menschen zu und sagst, pass mal auf, ich habe hier eine Idee, versuchst sie davon zu begeistern. Wie funktioniert das? Das funktioniert natürlich. Ich habe da keine große Schwierigkeiten, muss ich sagen. Menschen, die ich abhole, ich hole Menschen gezielt in einem bestimmten Stadium ab. Es ist nicht so, dass ich dann irgendwie auf Menschen zugehe und sage, oh, hurra, ich habe hier eine neue Idee, sondern ich bin da sehr vorsichtig und schaue erst mal, ist es realistisch, ist es machbar? Gibt es die Mittel? Was brauche ich dafür? Und für mich gab es ganz am Anfang die Fragestellung, schaffe ich das? Das musste ich selber beantworten. Und die Antwort ist ja. Ja, genau. Ich wurde tatsächlich auch ermutigt von einer großartigen Frau, die ich für mich als Mentorin betrachte, sie heißt Yvonne Balzer und sie unterstützt mich sehr in diesem Prozess. Sie hat mich immer wieder ermutigt und ich bin ihr sehr, sehr dankbar, weil ohne sie diese Idee einfach nicht, ich glaube, ich hätte das nicht so realisiert. Vielleicht hätte ich mich sogar tatsächlich auch nicht getraut. Aber machen muss es am Ende. Genau, ich mache das. Tatsächlich, gute Feststellung. Ja, es ist immer schön, wenn jemand da ist, der sagt, ja, das ist eine tolle Idee, aber am Ende des Tages ist ja die Serien, die dann sagt, so, ich mache das jetzt auch. Genau. Und als ich mich dann dafür entschieden habe, habe ich dann so langsam mich gefragt, okay, wollen das tatsächlich die Nutzer haben? Das habe ich auch bei Female Innovation Hub genauso gefragt. Das ist immer gut, wenn man einen Markt hat. Ja, genau. Zuerst fragen, danach kann ich meine Energie tatsächlich auch rein investieren. Ich habe die Nutzer, ich habe nicht viele Nutzer gefragt, wir sind tatsächlich jetzt auch in dieser Marktforschungsphase. Ich habe nicht viele Nutzer gefragt damals, aber relativ schnell war es klar. Im Juni, die Nutzer wollen das. Sie finden die Idee sehr gut. Sie finden die, also den Gedanken dahinter auch sehr gut, verbunden mit Mutter Teresa, dass es eine digitale Helferin ist, die mit einem Menschen kommuniziert, aber auch vernetzt. Das ist nämlich das verbindende Element, was Menschen Lebensfreude schenkt. Darum geht es eigentlich so in sich. Also ich habe nicht den Hausnotruf als älterer Mensch, dass wenn ich wirklich in Not bin und ich auf einen Knopf drücke und die melden sich und kommen vorbei, sondern wie funktioniert euer Tool? Aus der Gedanke? Aus der Gedanke funktioniert unser Tool so, dass Menschen mit einem Medium, was noch nicht klar ist, also für das Endgerät haben wir uns noch nicht entschieden, mit einem System spricht oder mit einem Medium spricht, das sie dazu befähigt, mehr Struktur im Alltag zu bekommen. Sprich, es kann sein, dass sie morgens gegrüßt werden und zwischendurch Hörbücher hören, aber auch zum Beispiel Briefe schreiben können, weil sie einfach eingeschränkt sind. Sie können aber auch daran erinnert werden an bestimmte Termine. Das sind noch die ersten Ideen, aber im Grunde geht es darum, tatsächlich den Menschen zu befähigen, im Alltag selbstbestimmt zu leben, bestimmte Dinge nicht zu vergessen, daran erinnert zu werden, aber auch Dialoge zu führen, über ihre eigene Geschichte zu erzählen. Es geht nicht nur um Krankheiten, dafür gibt es auch schon Systeme, sondern es geht schon darum, durch bestimmte Mittel und Tools motiviert zu werden und wieder aufzustehen und im Leben teilzuhaben. Darum geht es. Also mehr die gesellschaftliche Struktur beizubehalten und nicht zu sagen, so, ich spreche jetzt wieder in Klischees, ich verliere den Kontakt zu meiner Verwandtschaft, weil ich alt werde, ich bin vielleicht auch in einem bestimmten Wohnverhältnis, ich lebe vielleicht in einem Betreuten wohnen, meine Verwandten kommen nur in einer bestimmten Frequenz bei mir vorbei und diese künstliche Intelligenz soll mir eben dabei helfen, in diesem System mit mir selbst zurecht zu kommen und auch Kontakt zu anderen Menschen noch weiter aufzubauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder eben darüber hinaus auch mit Menschen in Kontakt zu treten, die da gerne unterstützen möchten. Die gibt es ja auch. Ja, und das ist die zweite Stufe in der Idee, das heißt, irgendwann, wenn es dann dazu kommt, dass Menschen sagen, hey, mein Clan, wir hingen immer zusammen rum und jetzt sind wir, jetzt haben wir alle, mussten wir alle unsere Führerscheine abgeben, können uns nicht gegenseitig besuchen und lass uns doch im virtuellen Raum treffen. Und das ist kein Skype, sondern tatsächlich, dass wir zu einer VR-Welt werden. Daran werden wir noch arbeiten, das ist die zweite Stufe. Ich bin erstmal sehr, sehr glücklich, wenn der Gründungsprozess richtig gestartet ist, vollendet ist und wir dann im nächsten Schritt dann auch den Prototypen testen können auf dem Markt. Das sind so die ersten zwei Schritte, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Und danach geht es darum, dann in diese VR-Welt einzutauchen und das festzustellen, was braucht es überhaupt, dass zum Beispiel fünf Personen, die schon immer gerne, also die befreundet waren, die im Leben sind, die aber vielleicht nicht vom Bett aufstehen können. Aber trotzdem den Kontakt suchen, weil es einfach Spaß macht, mit den liebsten Menschen zusammen zu, also schon so ganz einfach ausgedrückt rumzuhängen und irgendwie sich zu unterhalten, über frühere Zeiten zu unterhalten. Oder Dinge zu tun, die man eben gar nicht zusammen macht. Genau. Und wenn es nur Musik hören ist, das ist tatsächlich so. Ja, spannend. So, jetzt bist du 39 Jahre alt. Du hast drei Unternehmen schon gegründet oder bist beim dritten in Gründung. Was machst du die nächsten zehn Jahre? Was kommt jetzt? Alle Ideen umsetzen. Wachstum steht jetzt an. Das habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen für mich entschieden. Das heißt, es ist jetzt an der Zeit, die Ideen auch, also sowohl Female Innovation Hub als auch Teresa zum Wachsen zu bringen. Und für mich, also mich selbst zu vergrößern auch. Genau. Das steht jetzt erstmal an. Mein Ziel ja ist 2028. Bis dahin will ich schon ganz viele Dinge umgesetzt haben. das jetzt steht im Grunde Wachstum und Umsetzung an. Damit verbunden auch Arbeit, was ich sehr gerne tue. Ist das erstmal, glaube ich, dass dieses Wort jetzt gefallen ist? Arbeit. Ja, es ist, ich meine, letztendlich ist es auch Arbeit. Ich habe eben Work-Life-Balance gesagt. Entschuldigung. Ja, genau. Also das zweite Mal. Ja, spannend. Warum gerade 2028? Was hat es mit diesem Jahr auf sich? Das ist einfach, glaube ich, mein eigenes Ziel ja, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich dann, dann bin ich 48, ein gutes Alter, würde ich sagen, um dann anzufangen, etwas zu tun, was mich tatsächlich auch, was ich sehr, sehr gerne tun möchte, schon seit meiner Kindheit und das ist das Schreiben, dann kann ich Bücher schreiben. Ach so. Genau. Bis dahin also die Projekte so weit nach vorne bringen, dass du zum schönen Tag kommst. Ja, dass ich dann einfach die Ruhe und die Gelassenheit habe, dass ich dann meine Bücher schreibe, weil schreiben kann ich tatsächlich nur, wenn ich nichts tue, wenn ich, also wenn ich diese besonderen Momente habe, Zeitfenster habe, wo ich einfach in die Entspannung komme, an die Berge fahren kann, einfach mal ins Kloster. Also einfach so belanglose Dinge tun, um dann schreiben zu können. Naja, belanglos. Ich meine, die Menschen gehen da ins Kloster, um zu sich zu finden, um Ruhe zu haben. Genau, also außer Kloster. Sehe ich jetzt nicht belangbar. Ja, eher so am Meer. Schön. Ich habe alle Kandidaten der Top 40 gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, der eine persönliche Verbindung zu jemandem hat oder zu ihnen selbst hat. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe, genau, ich habe diesen Elefanten mitgebracht. Dieser Elefant steht für mich fürs Nicht-Aufgeben. Das heißt, immer dranbleiben, bis ich den richtigen Lösungsweg gefunden habe. Und bis ich für mich selbst überzeugt bin, es funktioniert. Egal, wie komplex eine Aufgabe ist. und das war tatsächlich 2006 im Studium, in Informatik musste ich eine Klausur schreiben namens Datenstruktur und das geht eigentlich noch weiter. Aber ich komme, ich bekomme das jetzt nicht zusammen, aber ich weiß nur eine Sache. Ich saß vier Wochen lang, Tag für Tag in der Bibliothek und habe versucht, die Aufgaben zu lösen, zu verstehen und ich habe es tatsächlich drei Wochen lang nicht geschafft. Und ich habe echt an mir selber gezweifelt und dachte, das kann doch nicht sein, dass ich das nie schaffe. Ich habe jeden Tag, jeden Tag bin ich trotzdem hingegangen, bis dann der eine Tag kam, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt habe ich es verstanden und dann kam so ein Schemata, das war wirklich ein Bild. Ich habe alle Lösungswege gesehen und dann habe ich auch die Klausur einfach so leicht geschafft. Ich war die Erste, die die Klausur auch geschrieben hat. Ich bin direkt rausgegangen, es war für mich gar kein Thema. Da war es für mich einfach genau die Situation, dass ich wusste und ich habe mir, ich weiß nicht warum, aber als Symbol habe ich mir dann mein Lieblingstier, also ein Elefant, kein Hund. Oder Katze. Ja, genau. Ich habe mir das dann auch in Aachen gekauft und verbinde damit auch genau diesen einen Moment, wo ich etwas Komplexes verstanden habe und dass es für jede Komplexität, für jede Aufgabe einen Lösungsweg gibt und am Ende man nicht aufgeben muss, sondern einfach dranbleiben muss. Und das ist quasi dein Symbol dafür, um dran zu bleiben. Vielen Dank, der wird auf jeden Fall einen Platz an der Wand finden. Kannst dir einen aussuchen. Noch ist viel Platz vorhanden für den kleinen Elefanten. Okay. Also für die, die das jetzt nur hören, die Rien sucht sich einen Platz an unserem Regal. Wunderbar. Syrin, dann bleibt es an mir. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Schön, dass du heute bei mir gewesen bist und ich bin gespannt, wie es mit dem Female Innovation Hub und mit Teresa AI weitergeht und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Danke dir. Danke. 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 Danke.